Guten Morgen! Nein, ich bin hier nicht in einem Dinosauriermuseum. Hier hinter mir der Tyrannosaurus Rex. Und vor mir tut sich der untere Elperskamp auf. Ein Klettergebiet, was ich heute vorstellen möchte. Da hinten haben wir die Trafowand. Dann haben wir die große Südwand mit den schwierigeren Routen. Dann geht es hier rüber über die Ostwand Sonnenplatte. Und ganz da hinten ist auch noch die Ostwand Tuareg heißt die. Genau. Und da gehe ich jetzt mit euch mal näher ran. In direkter Nähe zur Begetalsperre befindet sich das Klettergebiet. Aber nicht nur Kletterer kommen hier auf ihre Kosten, sondern in einer Bucht auch Taucher, die ihrem Hobby frönen. Wer die steilen Wände der Südwand im Toprop machen möchte, der hat die Möglichkeit, über die rechte Seite eine einfache Route zu wählen und so seinen Seil nach oben zu bringen, um es einbauen zu können. Wie ist es der Fall? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier hinter der Trafowand tut sich die Sektion Trafowand auf So, wie ihr jetzt schon seht, es ist eigentlich immer schön im Schatten Knapp 10 Meter hoch Hier sind wir jetzt am Ende der Sonnenplatte, die geht hier einmal lang, drüben ist die Südwand und Ende der Sonnenplatte ist die Sektion Turek, da gibt es zwei Dreierrouten, nichts besonderes, aber relativ hoch, also man hat da schon so ein kleines alpines Feeling, will ich es mal so sagen, genau die gehe ich jetzt nochmal schnell hoch, zeige euch das ein bisschen, dahinter gibt es wirklich noch ein paar anspruchsvolle, kürzere Routen, das ist hier bei dem Felsen So, schaut hier, Turek, Sektion Turek, da, die geht es hoch, die Dreierrouten, Besucher und das Trägel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also macht's gut!